Ja, willkommen zu meinem nächsten Part. Ja, ich habe gerade den Endgegner vom ersten Dungeon besiegt und habe mir gerade das Zeug angeguckt, was ich bekommen habe. Für mich hat ich so eine schöne Mütze gefunden, die ich so einen Stein angräumen kann. Das habe ich nämlich hier plus zweiges Schicklichkeit. Das Zeug, das ich bekommen habe. Fokus der Verderbnis. Der ist so besser als meine komische, als mein Schwerter. Ich bin nicht so anders, dann wird das ja gar nicht. Jetzt habe ich das leuchten, das Ding. Was ist denn das? Zauberstab. Zauberstab. Aha. Das weiß an Gegner nicht schlecht. Sie haben eine Kalle ausgelöst. Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, das ist echt cool. Viel Zeug. Identifizieren. Ähm, mal erhöht das Zaubertempo. Ja, das ist irgendwie wie die. Nur schlechter. Egal, besser als die, muss ich jetzt sagen. Das ist die Schuld an. Erhöht jeden Giftschaden. Mann, jetzt habe ich hier tausend Giftschadenzeug. Nee, also ich finde die andere besser. Andern her. Der gibt mir noch. Andere Zeug. Obwohl, ein Haarhungerhöhnen ist eigentlich auch nicht schlecht. Und jetzt hat er noch nicht. No, das lässt sich jetzt erstmal. Ahhhhhhhh... Ist jetzt der Start... Ja, wir sehen uns jetzt... Voilà... So weiter hab ich mit der Demo... Ich habe eigentlich nur getestet die Klassen... Hey! Boom... EP Gold... Hey hallo und willkommen in Deutschland... Ich bin Hatsch, der Reichstimme an der Stadt... Nun zumindest ist das mein Plan... Ich habe noch nicht alle Details ausgearbeitet... Aber der Schlüssel dazu ist... Dieser Zauberstab eröffnet einen Portal an einem ganz bestimmten Ort... Ich bin sicher, dass der voller Schätze ist... Das Problem ist... Dass er auch voller Monster ist... Also kann ich nicht selbst nachsehen... Wenn ihr mir den Monstern fertig werdet... Und mir die besten Schätze bringt... Die ihr dort findet... Könnt ihr Gold und Waffen für euch selbst behalten... Seid vorsichtig... Ich glaube... Dass andere Portale... Dort funktionieren... Was sagt ihr dazu? Großer Heiltrank... Zauber Spruch... Alle Heilen 2... Und noch einen großen Heiltrank... Ja, mache ich... Sie haben eine Aufgabe erhalten... Da gehe ich gleich mal rein... Weil... Wer weiß, wie lange das Portal da hält... Ich kann aber einen Hund... Zur Not zurückschippen... Ja... Jetzt kriege ich meine Karte nicht... Die Mitte machen... Ah doch... Die ist nur so klein... Die Moment sind... Da... Eigentlich ist er... Unlötterkoll... Na, die sind hier schon nicht mehr ganz schlecht. Ich hoffe, die haben dafür aber auch gutes Zeug. Ich bin gepluckt. Eine Falle wurde ausgelöst. Schnell besiegt. Ist doch auf der Stubepass. Na so. Und verteidigt dich. Heiz. Hulte 1000 mehr Skeletten. Richtig. Rügelstab. Sehen. Da ist kein. Wisse. Zwei-Händig. Wo ist der Schirm noch? Der Schirm. Ja, ja. Der treue Hund. Gepluckt. Mit dem Schilder. 10 Sekunden. 20 Sekunden. Auch hier. Aber das ist wohl nicht so, was er auch weg. Wie. Jetzt kommt's nach der Schär. Das ist wohl nicht so, wie er dann weg. Das ist von dem Schirm hängt. Harald. Ja, ja. Dann kommt's nach der Schard. Sie haben Ruhm erlernt. Aha, Ruhm erlernt, was biebt mir das? Naja, bestimmt irgendwann. Erklärt. Geheimnis für das Gewehr. Das ist der Malt. Ach komm. Das ist Hammer. Das benutze ich in meiner ersten Hand oder ob ich hier noch so. Ha, TP. Tempenspunkte. Ne. Keine Ahnung, egal zumindest, das ist Hammer, das Gewehr. Ähm. Jetzt brauchst du hier meinen Zauberspruch. Gesundheit, Eisschaden. Schließ mal diesen komischen Mana-Ring weg. Ich brauch das nur. Ich bin überlastet. Komm. Wollte nicht mehr drinnen. Nein. Das ist ein komisch Gift. Ich mach dann hier mal wieder einen Schnitt und es geht im nächsten Part weiter.